Zahnwinners sind eine beliebte Option F1 Viertel R Menschen, die ihr Latschellen verbessern und ihre ZA-Ni-Asthetisch-Ansprechender-Gestalten-Matsch-Denn. Nachdem Sie Zahnwinners erhalten haben, ist es wichtig, den Genesungsprozess zu verstehen und zu wissen, was Sie erwartet. In diesem Video werden wir die Schritte des Genesungsprozesses nach dem Erhalt von Zahnwinners genauer betrachten. 1. Sofortige Genesung nach dem Eingriff Nachdem Sie Ihre Zahnwinners erhalten haben, werden Sie wahrscheinlich eine AHHTE-Empfindlichkeit in Ihren Zahnänen verspareinviertelren. Dies ist normal und kann ein paar Tage lang anhalten. Sie kann Ihnen auch leichte Schmerzen oder Beschwerden beim Kauen bemerken. In den ersten Tagen nach dem Eingriff ist es wichtig, weiche Lebensmittel zu sich zu nehmen, um Ihre Zahnähe nicht zu belasten. Aua-Jerdem kann es sein, dass Ihre Zahnähe etwas empfindlicher auf haie oder kalte Getrainke reagieren. Vermeiden Sie es, extrem haie oder kalte Lebensmittel zu sich zu nehmen, da dies zu Beschwerden FA ein Viertel rennen kann. Es ist ratsam, in den ersten Tagen nach dem Eingriff auf harte oder klebrige Lebensmittel zu verzichten, um Ihre Zahnähe zu schonen. 2. Anpassungsphase Während der ersten Wochen nach dem Erhalt Ihrer Zahnwinners kann es sein, dass Sie sich an das neue Gefahr ein Viertel heil in Ihrem Mund gewahrnänen, ma ein Viertel esen. Ihre Zahnähe kann Ihnen sich maglicherweise etwas anders anvereinvierteln als zuvor, was normal ist. Es kann auch sein, dass Ihre Zahnähe empfindlicher auf bestimmte Reize reagieren als zuvor. In dieser Phase ist es wichtig, geduldig zu sein und Ihrem K.A. per Zeit zu geben, sich anzupassen. Wenn die Empfindlichkeit oder Beschwerden länger als ein paar Wochen anhalten, ist es ratsam, Ihren Zahnarzt zu konsultieren, um magliche Komplikationen auszuschlieien. 3. Langfristige Pflege Nachdem Sie sich an Ihre Zahnwinners Gewahr HNT haben und der Genesungsprozess abgeschlossen ist, ist es wichtig, weiterhin eine gute Mundhygiene zu praktizieren und regelmareig Ihren Zahnarzt aufzusuchen. Zahnwinners kann ihn zwar lange halten, aber sie erfordern auch Pflege, um Ihre Lebensdauer zu wählernähern. Es ist ratsam, zweimal taglich G.A. ein Viertel endlich zu putzen und regelmareig Zahnseide zu verwenden, um Plagg und Bakterien zu entfernen. Vermeiden Sie es, harte gegenster Ende mit Ihren Zahninen zu beieihen, da dies die Veners beschadigen kann. Wenn Sie regelmareig Ihren Zahnarzt aufsuchen, kann ihn potenzielle Probleme fra ein Viertel zeitig erkannt und behoben werden. 4. Nachsorge Nach dem Erhalt Ihrer Zahnwinners kann es sein, dass Ihr Zahnarzt regelmareige Nachsorgeuntersuchungen empfiehlt, um sicherzustellen, dass Ihre Veners gut sitzen und keine Probleme aufweisen. Während dieser Untersuchungen kann Ihr Zahnarzt eventuelle Anpassungen vornehmen oder Probleme fra ein Viertel zeitig erkennen. Es ist wichtig, diese Nachsorgeuntersuchungen ernst zu nehmen und regelmareig teilzunehmen, um die Lebensdauer Ihrer Zahnwinners zu wählernähern und potenzielle Komplikationen zu vermeiden. Indem Sie mit Ihrem Zahnarzt zusammenarbeiten und seine Ratschlage befolgen, kann ihn Sie sicherstellen, dass Ihre Z.A. nie gesund und asthetisch ansprechend bleiben. Fazit Der Genesungsprozess nach dem Erhalt von Zahnwinners kann je nach Person variieren, aber es ist wichtig, geduldig zu sein und die Anweisungen Ihres Zahnarztes zu befolgen. Indem Sie sich an die empfohlenen Pflegehinweise halten und regelmareige Nachsorgeuntersuchungen durch für ein Viertel rennen, kann ihn Sie sicherstellen, dass Ihre Zahnwinners lange halten und Ihr Latschellen strahlend bleibt. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass Zahnwinners eine dauerhafte Wehrrandierung an Ihren Zahninen darstellen und eine angemessene Pflege erfordern. Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezah ein Viertel glich des Genesungsprozesses haben, zahlgern Sie nicht, sich an Ihren Zahnarzt zu wenden. Durch eine gute Zusammenarbeit kann ihn Sie sicherstellen, dass Ihre Zahnwinners erfolgreich sind und Ihr Latschellen verbessern.